In diesem Tutorial werden wir uns die Grundlagen einer Zeitortgleichung anschauen. Das bedeutet den Aufbau und die Eigenschaften, die diese besonderen Geraden mit sich bringen. Für den Anfang wäre es natürlich wichtig zu verstehen, was überhaupt eine Zeitortgleichung ist. Wenn nicht überraschend ist wahrscheinlich die Tatsache, dass es eine Geradengleichung ist. Aber nicht irgendeine Gerade ist, sondern der Parameter t, der sich hier vor dem Richtungsvektor der Geraden befindet, hat eine ganz bestimmte Bedeutung, und zwar es ist die Zeit. Zum Beispiel die Zeit in Minuten, aber kann natürlich anhand der Aufgabenstellung auch die Zeit in Sekunden oder Stunden sein. Eine andere wichtige Angabe, die in Zusammenhang mit Zeitortgleichung zu finden ist, ist die Deklaration der Längeneinheit. Die Längeneinheit ist immer eine Streckeneinheit. Zum Beispiel hier eine Längeneinheit entspricht ein Kilometer, aber es kann zum Beispiel auch Meter oder ähnlicher sein. Genauer gesagt bedeutet das, wenn ihr irgendeine Zahl hier in dieser Geradengleichung anschaut, wie zum Beispiel die 3,4 hier unten im Stützvektor, bedeutet das eigentlich übersetzt 3,4 Kilometer. Schlussfolgernd können wir dann eigentlich behaupten, dass eine Zeitortgleichung zum Beispiel die Flugbahn eines Objekts in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt. Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle, dieser Begriff Flugbahn bezieht sich nur auf einen Anwendungsfall. Es kann sich natürlich auch auf die Fahrtrichtung eines Schiffes auf dem See handeln oder eines U-Bootes unter der Meeresoberfläche. Also, in unserem Anwendungsfall hier beschreibt diese Zeitortgleichung die Flugbahn eines Objekts in Abhängigkeit von der Zeit. Aber was bedeutet das genau? Naja, stellen wir uns mal diese Flugbahn vor, als eine Gerade, hier mit grün dargestellt, und wenn der Parameter in dieser Geradengleichung ein Zeitparameter ist, bedeutet das, dass die Geschwindigkeit des Objekts bereits in dieser Bewegung mit berücksichtigt wurde. Und diese Geschwindigkeit, wie wir gleich sehen werden, steckt immer im Richtungsvektor der Geraden, den ich hier zweckshalber mit Vektor V beschriftet habe. Zur Erinnerung, V ist die übliche Abkürzung für Geschwindigkeit in Physik und Mathe und steht für das englische Wort Velocity. Eine berechtigte Frage an dieser Stelle ist, ob in diesem Sachzusammenhang nicht jede Geradengleichung eigentlich eine Zeitortgleichung ist. Die Antwort ist nein. Wenn ihr zum Beispiel zwei Punkte im Raum habt und damit eine Geradengleichung aufstellt, so wie hier die Gerade G, würde dieser Gerade zwar die Flugbahn eines Flugobjekts beschreiben, allerdings gäbe es keine Angabe über Zeit oder Geschwindigkeit. Also wäre das keine Zeitortgleichung. Da wir die ganze Zeit von Geschwindigkeit reden, wäre es natürlich interessant herauszufinden, mit welcher Geschwindigkeit dieser Flugobjekt oder dieses Flugzeug fliegt, dessen Zeitortgleichung wir die ganze Zeit anschauen. Und zur Erinnerung, wir haben gleich am Anfang gesagt, dass die Geschwindigkeit in dem Richtungsvektor dieser Geraden steckt und zwar hier. Und diese Geschwindigkeit können wir aus diesem Richtungsvektor holen, nur wenn wir seine Länge oder seinen Betrag bilden. Also die Geschwindigkeit ist bei einer Zeitortgleichung immer die Länge des Richtungsvektors. Zur Erinnerung, die Länge eines Vektors berechnet man immer mit der Wurzel aus der Summe der Quadrate der einzelnen Koordinaten. Und bevor wir jetzt diese Zahlen Taschenrechner eintippen und das Ergebnis hinschreiben, sollten wir uns Gedanken über die Einheit dieser Geschwindigkeit machen. Zur Erinnerung, bei uns war T die Zeit in Minuten und eine Längeneinheit entsprach einen Kilometer. Aus dem Physikunterricht sollte euch noch bekannt vorkommen, dass Geschwindigkeit v immer Strecke durch Zeit ist. Also hier wird rechts eingeblendet. v ist gleich s durch t. Und das bedeutet für uns, unsere Geschwindigkeit beträgt dann 12,65 Kilometer pro Minute. Kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Welche Einheit die Geschwindigkeit hat, hängt natürlich von der Aufgabenstellung ab. Es könnten wie hier Kilometer pro Minute sein, aber es können auch Kilometer pro Stunde sein oder Meter pro Sekunde. Nun mal so am Rande, wenn man diese 12,65 Kilometer pro Minute im Kilometer pro Stunde umwandeln oder umformen würde, also mal 60 nehmen, kommen dann ungefähr 760 Kilometer pro Stunde raus, was ungefähr der normalen Geschwindigkeit eines Passagierflugzeugs entspricht. Neben der Geschwindigkeit hat unser Zeitortgleichung allerdings noch 2,3 einfache Eigenschaften, die wir jetzt auch noch erwähnen sollten. Und zwar, in erster Reihe wäre natürlich interessant zu wissen, wo sich das Flugzeug zu Zeitpunkt t gleich 0 befindet. Naja, das ist eine einfache Sache. Wie ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen könnt, setzt man einfach oben in die Geradengleichung für t eine 0 ein. Und wenn man das unten zusammenfassend tut, dann bleibt ja nur noch der Stützvektor übrig, was man auch als Punkt P, also als Position des Flugzeugs, zu Zeitpunkt t gleich 0 angeben kann. Eine weitere Fragestellung, die auch indirekt mit der Position des Flugzeugs zu Zeitpunkt t gleich 0 zu tun hat, wäre, in welcher Höhe befindet sich das Flugzeug zu Zeitpunkt t gleich 0? Um das Ganze sich besser vorstellen zu können, werden wir jetzt diese Flugbahn in ein Koordinatsystem grob eintragen. Also hier rechts unten haben wir ein dreidimensionaler Koordinatensystem. Und die Flugbahn können wir uns als diese grüne Gerade g vorstellen. Vorher haben wir gerade herausgefunden, dass zu Zeitpunkt t gleich 0 sich der Flugzeug hier am Punkt P befindet. Und wir brauchen oder wir suchen die Höhe über dem Boden. Der Boden wäre natürlich in diesem Zusammenhang die x1, x2 Ebene. Und die Höhe über dem Boden können wir uns hier an dieser Stelle durch diese gestrichelte Linie vorstellen. Diese gestrichelte Linie ist natürlich die x3-Koordinate des Punktes P, also dieser 3,4. Und die x3-Koordinate müssen wir nicht explizit über diesen Punkt ablesen, sondern wenn ihr oben die Geradengleichung anschaut, könnt ihr sie auch hier direkt beim Stützvektor ablesen. Also, Schlussfolgernd könnten wir dann sagen, die Anfangshöhe beträgt 3,4. Eine letzte Fragestellung, die in diesem Zusammenhang noch von Bedeutung ist, wäre, ob sich das Flugzeug im Sinkflug oder Steigflug befindet. Dafür versuchen wir uns wieder das Ganze in ein Koordinatsystem vorzustellen. Also hier ist unser Koordinatsystem. Die grüne Gerade beschreibt die Flugbahn und wie wir bereits wissen, die x1, x2 Ebene wäre der Boden. So wie dieser Gerade hier angedeutet ist, sieht es aus, als würde das Flugzeug nach oben gehen. Allerdings ist das nicht immer sicher anhand einer Skizze, weil die Perspektive manchmal täuscht. Deshalb musst du hier auf Nummer sicher gehen und diesmal den Richtungsvektor überprüfen. Und zwar, natürlich hat das wieder was zu tun mit der x3-Koordinate des Richtungsvektors. Also, wenn wir auf unsere Geradengleichung oben schauen, die x3-Koordinate des Richtungsvektors, dieser 0,3, ist eine positive Zahl. Und das ist für uns der Hinweis, dass sich dieses Flugzeug in Steigflug befindet. Also, wir können sagen Steigflug, weil die x3-Koordinate des Richtungsvektors positiv ist. Wenn diese x3-Koordinate natürlich negativ wäre, dann würde sich dieses Flugzeug im Sinkflug befinden. Zum Schluss noch ein paar nützliche Hinweise. Natürlich musst du ja auch in der Lage sein, eine Zeitortgleichung aufzustellen, sowie die gegenseitige Lage von Geraden zu überprüfen in diesem Sachzusammenhang. Außerdem gibt es noch andere zusammenhängende Themen, wie Abstand-Windschiefergeraden, gegenseitige Lage von Gerade und Ebene, sowie Winkelberechnung mit Vektoren. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat,